Und, yes, wieder. Okay. Und, 3, 2, 1, los! Es war zu früh gesprungen. Und, 3, 2, 1. Fuck! Der Mist klappt! Klappt es? Ja, jetzt kann ich mich hier rüberhangeln, oder? Oh, yeah. Okay. Wir machen Fortschritt. Auch wenn ich eigentlich diesen Runner, den es dort gibt, sehr gerne nicht treffen würde. In der Nähe von Autodeck 6 müsste es einen Weg aufs Oberdeck geben. Ja, sieht ganz so aus. Gut. 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 War ich nicht vorhin gerade hier? Nein. Gut. Bleib auf! Arbeitet die zu ihm vor. Wird Zeit für ein paar Antworten. Fick der Scheisse. Ja, Merk. Fuck. Der Typ ist aber echt ein überzeugender Snyder. Okay, wir kommen hier über den Zaun. Ich schätze mal, wir müssen hier außen rum. Es scheint hier nicht wirklich einen brauchbaren Weg zu gehen. Wir müssen rüber. Ich weiß nicht, ob mich der Zaun nicht... Äh, ja. Ich gehe lieber hier hin. Verdammt. Was für ein Bastard. Gut. Das hier ist wahrscheinlich ein guter Weg hinauf zu sein. Wieso ist alles so laggy? Ich weiß gar nicht, wie ich hier durchkommen soll. Oh, aber seht euch diese verfickte Drecksstadt. Wunderschön sowas. Okay. Ich muss dort quer rüber. Ja, scheiß drauf. Okay. Wenn ich das hinkriege, bin ich sowas von geil. Und... Seht ihr? Genau, davon habe ich geredet vorhin. Ich glaube, man muss ihn entwaffnen. Ja, man sollte ihn, glaube ich, entwaffnen. Aber das wird sich später herausstellen. Okay. Fuck. Ja. Ja. Ja, also ehrlich. Sogar mit der Zeitlupe kann ich den nicht fertig machen. So zum Kotzen. Ja, aber... Okay. Es hat sich was verändert. Oh Gott. Nein. Mit Leider glaube ich auch, dass es eine Sie ist. Die kämpft so elegant, um ein Kerl zu sein. Oh, oh. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein. Nein. Ich lasse mich von dem Mistkopf nicht zum Grillhärnchen machen. Sei vorsichtig, Faye. Nein. Ah! Und jetzt. Gut. Na ja. Schöne Sache. die sieht aus wie sie lässt die augen dann nochmal wenn das wirklich so ist leute dann kotzt mich das an und naja ich wusste es und ich will leben fällt nicht nur überleben sein wahlkampf hat unerwartete unterstützung gefunden aber er hat übertrieben hat angefangen den falschen leuten zu drohen wichtigen leuten mussten ihn deshalb ausschalten er oder ich tut mir leid wegen kate ich wusste nicht dass sie dann ok also also nicht so aus dem das sel die böse ist aber naja scheiße also leute das machen wir im nächsten part ich hoffe wir sehen uns wieder nach